Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Itemshop-Video, heute am 14.04. Und damit hier auch schon gleich ein neuer Skin dabei, hier der Mithörer für 1200 W-Bucks. Alles Backbling, dann dieses Datenleuchten noch mit dazu. Einmal hier so ein gelb-schwarzer Rucksack, beides Teil des Spionage-Werksets und irgendwie, wie ich finde, sehr passend zum Hack-Sperre-Skin. Natürlich auch noch hier mit dabei, passende Spitzsacken hier für 800 W-Bucks. Einmal Plasmakreis. Und wenn ihr noch was kostenloses machen wollt, dann würde ich mich natürlich mega über ein kostenloses Abo freuen, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich geht es jetzt hier auch noch mit dem Itemshop weiter. Ist ja auch noch nicht Schluss hier. Einmal hier der Farbenbomber für 1200 W-Bucks, wieder mit dabei. Hier ein Klassiker aus Season 1. Teil des Sonnenschein- und Regenbögensets und natürlich auch hier so ein passender männlicher Skinfarben-Kanonier. Hier gibt es allerdings sogar ein Backbling dazu. Einmal hier Tasche der Freude. Ist aus Season 3, also zwei Seasons später eingeführt. Und natürlich hier auch noch eine passende Spitzsacken, reaktiv für 1500 W-Bucks. Hört sich immer wieder etwas verschieden an. Als auch hier für 1200 W-Bucks der Farbenballon aus Season 7. Und natürlich auch noch mit dabei die Panda-Beauftragte hier für 2000 W-Bucks. Die war ja zuletzt als Deadpool-Variante hier im Shop drinnen. Jetzt wieder als klassischer Stil. Einmal hier mit dem Bambus-Backbling aus Season 5. Frisch und knackig. Und natürlich hier auch noch Wukong. Ein zweiter teurer Skin hier aus Season 2. Mit dem Backbling-Royale Flaggen. Ebenso hier dann noch mit dabei die Spitzhacke Jingu Bang für 1200 W-Bucks. Ebenso reaktiv und passend zum Wukong-Skin. Auch noch hier mit dabei die Maki-Meisterin für 1200 W-Bucks aus Season 6. Teil des Sushi-Sets. Und hier in zwei verschiedenen Varianten. Einmal hier in Weiß und einmal hier in Schwarz. Und ja, als Backlink dann noch diese Shrimpy mit dabei. Ebenso hier dann im Shop die Birdie. Die hier für 800 W-Bucks ein-Skin. Teil des Abschlagsets aus Season 8. Hier ganz klassisch ohne Backbling. Dafür eben günstig. Und hier noch ein Fortbewegungs-Emote. Ja, ich würde sagen zuerst Golfschläger oder Pass zu Birdie. Hier für 500 W-Bucks. Ebenfalls aus Season 8. Hört sich dann so an. Beschlagene Hacke ist auch noch mit dabei. Hier für 800 W-Bucks Teil des Stilgespür-Sets. Und hier eben dann noch der 500 W-Bucks-Emote. Hier ein Fortbewegungs-Emote Papierdrache. Als auch hier wie fast immer ein günstiges Emote. Hier in Überladung. Joho. Aus diesen 7. Und ja, ich hoffe, ich habe nicht euer Hinüberladen. Wird mich natürlich freuen, wenn ihr auch gerne bei den nächsten Videos wieder einschaltet. Bis dahin, euer Papaya Techie. Ciao, ciao.